Ich bin Sophie Schumacher, gelernte Automobilmechatronikerin Fachrichtung Nutzfahrzeuge auf gut Deutsch Lastwagenmech und arbeite für CamioLab AG in Studen. Was mich an meinem Beruf fasziniert, ist die ganze Mechanik, Technik, Elektronik, Pneumatik, die dahinter steckt, dass die Lastwagen so auf der Strasse herumfahren, wie sie herumfahren können. Und Lastwagen fahren an sich ist natürlich mega cool. Und ich arbeite seit klein auf sehr gerne mit meinen Hängen. Wenn auch du gerne deine Hänge brauchst, um zu arbeiten, gerne in einem coolen Team arbeiten möchtest und Faszination für Mathematik und Technik mitbringst, wer Lastwagenmech einen Beruf hat.